Mein persönlicher Corona-Moment heute war ein BEM-Gespräch, betriebliches Eingliederungsmanagement, welches mit sieben Teilnehmerinnen per Videokonferenz stattfinden konnte. Und ich hätte vorher nicht gedacht, dass wir trotz Kontaktverbot zu so einem konstruktiven Austausch kommen konnten und dass sich alle, sowohl Arbeitgeberinnen als auch Arbeitnehmerinnen, so spontan auf diese digitale Form der Beratung einlassen konnten.